Hi Leute und recht herzlich willkommen zurück bei Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Okay, let's go. Zwei unvergleichliche Krieger, Madara erscheint, der Kampf wird härter. Wiegt es sie an? Why not? Wir führen diese geniale Geschichte fort. Wiegt es sie? Wenn du jetzt schon seitdem, bist du... Wenn du jetzt bist, bist du, oder? Das ist ein Problem, oder? Aber... Du bist so, dass du... Wenn du jetzt bist, bist du... Du hast ihn... Du hast ihn... ...gegenertes, oder? Du hast ihn... Ich bin... Das war so schön, Obito. Was? Ich habe noch nicht mehr Zeit. Es war ein bisschen viel Zeit. Es war ein Geist-Hit-Hit-Hit-Hit-Hit-Hit. Es war ein bisschen Zeit. Aber es ist auch schon fertig. Ich bin der Karte, aber... Sie sind die Frau und ich bin mit uns. Aber warum... Sie haben nicht gehört? Sie haben auch gesagt, dass es endet. Das ist... ...dass ich... Sie sind... Sie sind... Sie sind... Sie sind... Sie sind die Gäste, die sich aufhörteren... Ok, Naruto gegen Matada, natürlich, ähm, da, 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 mehr 40%, einmal mit Ninjutsu von Killer Bee treffen, oh, cool, äh, 20 Treffer, allerdings ein Feind mit Geheimtechnik, okay, Killer Bee ist dabei, nice Ey, nochmal, Killer Bee, come on, lass mich dich mal überhaupt treffen, das wäre ganz cool, ah, ich mochte es immer, wie er kämpft, bam, irgendwie ein sehr komischer Charakter, da, da, und ich, was ich auch rausgefunden habe, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auf Anipin hinkriege, aber Hallo Nice, nein, das wollte ich eigentlich nicht, das ist einfach nur mein Ultimate, bam, das ist auch nice und alles, war nur nicht das Ziel von dem, was ich eigentlich machen wollte Macht damit, aber es ist sehr schwer, wenn der Gegner eine ganze Zeit ausweicht Und zwar kann ich Kann ich nicht Wie, wie hat er das gemacht, ich habe ein Video gesehen, wo jemand mittendrin gewechselt hat, also wirklich komplett gewechselt, mitten in der Kombo Das verstehe ich jetzt gerade nicht, wie das funktioniert hat Naja, irgendwann werde ich schon rausfinden Und er lässt sich gerade Sehr leicht mit meinem Larios treffen Das war schon Nice Okay, Killer Bee, so hat es mal wieder gekillt Das war's doch, oh, was hat er Ich glaube, es ist nur ein Traum. Kakashi, ich habe die Bewegung. Was ist das? Was ist das, was du mit dem Schraubchen? Wenn du jetzt aufhörst, wasst du? Du bist nur ein Schraubchen. Was ist Rinn? Ich wollte dich nicht behalten. So. Ich bin ein Schraubchen. Aber du bist der Engel. Das ist das Wurzeln. Du musst nicht mehr so machen. Das ist das Wahrnehmend. Ich bin der Verletzelt und der Verletzelt. Das ist das Wurzeln. Aller der Verletzelt sind alle ein Verletzelt. Das ist mein Lieber, Kakashi. Der Verletzelt wird alle von diesem Verletzelt. Ich kann es nicht tun, aber ich werde diese Welt verletzen. Sie sind ... 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 Ich werde mir nur ein bisschen erzählen. Ich bin kein Verletziger. Ich werde nicht nur Verletziger sein. Ich werde nicht mehr verletziger. Ich werde mich nicht mehr verletziger. Ich werde mich nicht mehr verletziger. Ich werde mich nicht mehr verletziger. Sorry. Ich habe noch einenoregishensten, Obito. Ich habe noch nie gesagt. Ich hatte einen kleinen Tisch. Obito. Ja, das werden wir tun. Kakashi? Wow. Das ist eine coole Truppe. Vielleicht hat er ja ein Geheimschutsu. Das ist auch etwas, was es in diesem Spiel nämlich gibt. Was wir bisher beinahe noch gar nicht gesehen haben. Bäm. Danke. Bis zum Raikiri. Hey, wo bist du? Nein. Nope. Ach so, okay. Jetzt verstehe ich es. Doch, es war tatsächlich so, wie ich gedacht habe. Ich habe nur den falschen Joystick gedrückt während der Kombo. Ups. Einfach nur den rechten Stick in die Richtung drücken, wenn man angreift. Bäm. Nice. Und dann kann man einen nach dem anderen Schaden praktisch. Oh. Hilf mir mal kurz. Dankeschön. Ah. Es ist immer schön, wenn man seine Verbündeten ruft und die dann auch fehlen. Armour-Break in der Form wirklich. Was ist denn das? Entschuldigen. Wow. Ich habe gerade verdammt viele verschiedene Geheimschutz-Zug und so. Ja. Hilfe mal kurz zum Abwehren. Danke. Ach, der mit. Komm her. Ha. Das ist nicht Madara. Okay. B. Nur. Egal. Trotzdem das geheime Ende gefunden. Das ist das Wichtigste. Yes. 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 Die Übersetzung ist teilweise schon wieder cringeworthy. Also. Naja. Egal. 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 Oh. Ich glaube, wir werden in der nächsten Runde, im nächsten Kampf etwas von, ey. Ein paar Probleme bekommen. Wow. Ich kann das gerade nicht mitar �witen. Warte. Dip. 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 Zwei unvergleichliche Krieger abgeschlossen. Ja. Geht besser. Aber es passt schon. Dyo dddf. Meine E-Mail wieder. Okay. Was jetzt? Das hattest du ziemlich genau 10 Minuten gebraucht. Wow. Du kannst jetzt Gebrüll des Zehnschwänzigsten spielen Ich würde aber sagen Da das noch 10 Minuten dauert Kriegt ihr heute halt eine längere Folge Und wir machen zwei unvergleichliche Krieger Ja Bäm Why not, dann kommen wir ein bisschen voran in dem Spiel Ja Sasuke... Karin... Du kannst du mit einem Schweren. Du kannst du mit dem Schweren. Töne... Du kannst du nicht verletzen! Entschuldigung. Töne... Du kannst du nicht verletzen? Du kannst du nicht verletzen? Ich bin der alegre followinge. Ich bitte viel zu他的... An sei an. Sasuke ist vor allemal, Karin. Pass auf die distan whip- und sichere Formen, Sie ist ein Euzubelchen-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch. Somit ist ein Einzel-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch. Sie nehmen ein A одна. Ich denke es auch, ist meine Frau. Growing tiere, du haste einen Auge für die vor Madam-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch. Ja. Das war's für mich. Oh, gut. WOH! Wie meinst mir?! Kas weltweichen Guerristen. Tränen Führeben ist auch immer. Die lassen sich aber ganz schön ordentlich Zeit, wow. Die Schleifte die Schleifte die Schleifte, die sich nicht mehr anstrengen. das wird auch ein cooler kampf vernichte frühere hokage ja natürlich einfach so mal gegen drei hokage zu kämpfen ist auch eine gute idee not aber gut ich habe noch so viel energie danke aber schnell kämpft ja sehr cool muss ich sagen das war auch bitte nötig jetzt so hilfe mal kurz dankeschön ich brauche etwas chakraaufladung gerade nicht so gut ich meine der kampf soll da denke ich auch mal relativ schwer sein die attacke gefällt mir das ist mein ultimate dachte schon man kämpft ja so das hätte glaube ich in der serie nie gemacht super eine volle kombo das sei doch ziemlich cool aus es gibt tatsächlich jetzt mal große formen wie nennt man das große transformation das sammeln in technik ja ja nein ich werde mal ganz kurz zu groß nicht wirklich ähm wie okay laske ich helfe ich brauche mal kurz die hilfe cool klappt sogar relativ gut ja abgelegt verstehe いや ja geht ok ja 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 Das war's für heute. Daaaaah Ah! Ha! Cool gemacht Sasuke. Wirklich. Kampfergebnis A. Was anders haben wir auch nicht verdient. Kapfergebnis A. Was von der Kampfergebnis A. Was ist es? Das heißt, bowkaku. Soll ich auf eure Konten. Doch, wie ich sagen wollte, dass ich hier alles im Kopf auszusee. Ich habe eine andere, die wir待en. Die Kampfergebnis A. Was sind die Verteidigung der Kampferen. 2- 4 Stunden. Ah! Sazuke! 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 Ah, schön. Zum Schlachtfeld. Und damit kommen wir uns hoffentlich endlich mal zur Hilfe. Wir sind ja nicht hier gerade am sterben oder so, aber gut. Die Macht der Taka. War nicht so schlecht abgeschnitten. Ich denke mal, ich kann mir jetzt wieder einiges an Kostümen und sowas kaufen. Nicht, dass das für die Story irgendwie relevant wäre oder so. Ja. Achso, ich muss beides schaffen, damit das passiert. Okay. Dann sehen wir uns dann wohl in der nächsten Episode im Gebrüll des Zehenschwänzigen wieder. Falls es euch gefallen hat, wie wir liken, falls ihr wollt abonnieren, dann wünsche ich euch viel Spaß bei meinen Allspace. Ciao, Leute! Amour! H nit! W Pass Train! 만ig schnarche! Es tut mir gedacht! Vi betㅋ Es ist dadurch binativa. Und wenn wir es so, Neuroqu breadth des Zehenschw했습니다. onigg differ. Wirkliche parlez! Alleh! brothers! Untertitelung des ZDF, 2020